Was ist das für Stühle? Halt die Stühle! Halt! 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 Sind die gut? Ach so, er versteht nicht. Skateboard, ja. Noch ein Skateboard hab gestopft. Das sind ja schön, ja? Die Rollen tun jetzt nicht so doll. Die Rollen sind selber, aber die Lager. So, jetzt haben wir ja gefunden heute noch, euch schenkt bekommen ein Skateboard. Da ist es. Kann man einmal abspülen. Aaaaaaaaah! einmal abspülen und einmal einseiten meine frau hasst mich, meine frau wird mich hassen das geld liegt in neukölln auf der straße tatsächlich und muss das nur aufheben naja haben wir gemacht kommt zur deko und keller wie alles alles nur deko am ende ja ich freue mich ja das ist wirklich tipptopp war in der schraube fehlt 18 also ich denke california auf alle fälle